Im heutigen Video schauen wir uns mal eine Möglichkeit an, mit der man sich zusätzlich zur gesetzlichen Rente eine private Rente aufbauen kann. In der Vergangenheit haben wir bereits die Möglichkeiten der Lebensversicherung bzw. der Riester-Rente gesehen und heute geht es um die betriebliche Altersvorsorge bzw. um die Möglichkeit der Entgeltumwandlung. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit dem Thema der betrieblichen Altersvorsorge. Die Idee der betrieblichen Altersvorsorge ist, wie der Name vielleicht schon verrät, sich eine zusätzliche Rente aufzubauen und zwar über seinen Betrieb, also über seinen Arbeitgeber. Die klassische betriebliche Altersvorsorge ist vollständig über den Arbeitgeber finanziert. Das bedeutet also, dass euer Chef jeden Monat Geld auf die Seite legt und für euch eine zusätzliche Rente aufbaut. Das ist natürlich für euren Arbeitgeber nicht verpflichtend, sondern ist eine freiwillige Leistung, wenn er es denn tut. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, dass ihr selbst aus eurem Bruttogehalt eine betriebliche Altersvorsorge speist und diese Beiträge dann selbst bezahlt. In diesem Fall nennt man das dann Entgeltumwandlung. Das bedeutet, dass ihr einen Teil eures Gehaltes selbst in die betriebliche Altersvorsorge quasi umwandelt. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie denn die betriebliche Altersvorsorge genau funktioniert und was denn die Vorteile sind. Die zwei grundsätzlichen Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge sind zunächst einmal, dass ihr einen Zuschuss von eurem Arbeitgeber bekommen könnt und zweitens, dass ihr diese betriebliche Altersvorsorge aus eurem Bruttoeinkommen bezahlen könnt. Normalerweise ist es ja so, dass wenn wir investieren, zum Beispiel in einen ETF-Sparplan oder unsere Rente aufbauen möchten, zum Beispiel über eine Lebensversicherung oder über eine Riester-Rente, dass wir das dann von dem Geld tun, was wir aufs Konto überwiesen bekommen, nämlich unser Nettogehalt. Hier sind dann schon Steuern und Sozialabgaben abgegangen. Der Vorteil der betrieblichen Altersvorsorge unter Form der Entgeltumwandlung, das bedeutet, wenn ihr das selbst bezahlt, ist, dass ihr diese über euer Bruttogehalt bezahlen könnt. Zahlt ihr zum Beispiel 150 Euro jeden Monat in eine betriebliche Altersvorsorge ein, kann euch das im Endeffekt nur zum Beispiel 60 Euro eures Nettogehaltes kosten. Das bedeutet dadurch, dass ihr aus dem Bruttogehalt heraus bezahlt, zahlt ihr keine Steuern und keine Sozialabgaben auf den Teil, der in euren betrieblichen Altersvorsorgevertrag überwiesen wird. Euer Arbeitgeber hat ebenfalls einen Vorteil, wenn ihr das macht. Er zahlt nämlich ebenfalls keine Sozialabgaben auf den Teil, den ihr in die betriebliche Altersvorsorge investiert. Viele Arbeitgeber geben diesen finanziellen Vorteil an ihre Mitarbeiter weiter und zahlen dann diesen finanziellen Vorteil, also die nicht gezahlten Lohnnebenkosten, für euch in euren betrieblichen Altersvorsorgevertrag mit ein. Hierbei gibt es natürlich gesetzliche Grenzen. Diese liegen bei 260 Euro pro Monat, die ihr in den betrieblichen Altersvorsorgevertrag ohne Steuern und Sozialabgaben einzahlen könnt. Und bis zu 520 Euro, bei denen ihr zwar ab den 260 Euro Sozialabgaben bezahlt, aber keine Steuern. Das heißt, der Freibetrag steuer- und sozialabgabenfrei sind 260 Euro im Monat und bis zu 520 nur steuerfrei. Was passiert also jetzt mit dem Geld, was in diese betriebliche Altersvorsorgeverträge eingezahlt wird? Hier gibt es insgesamt fünf unterschiedliche Durchführungswege. Das heißt, fünf Methoden, was mit diesem Geld passieren kann, dass ihr tatsächlich eure Rente auch bekommt. Da diese fünf Durchführungswege etwas komplizierter zu erklären sind, lassen wir das der Einfachheit halber mal außen vor und beschäftigen uns nur mit der am meisten genutzten Variante der sogenannten Direktversicherung. Hierbei schließt euer Arbeitgeber einen Versicherungsvertrag ab, bei dem ihr die begünstigte Person seid. Das bedeutet, euer Arbeitgeber überweist dann jeden Monat diese betriebliche Altersvorsorge in diesen Vertrag und ihr seid die begünstigte Person, die dann zu Renten eintritt, die Rente bzw. die einmalige Zahlung aus diesem Vertrag erhält. Wechselt ihr euren Arbeitgeber, habt ihr die Möglichkeit, diesen Vertrag entweder auf euch umschreiben zu lassen und dann weiterhin aus eurem Nettogehalt zu bezahlen und somit nicht mehr den Vorteil der betrieblichen Altersvorsorge zu haben. Oder wenn ihr Glück habt, kann euer zukünftiger Arbeitgeber diesen Vertrag übernehmen. Das ist allerdings eher seltener der Fall, weil meistens der neue Arbeitgeber vielleicht mit einem anderen Versicherungsanbieter arbeitet und es ihm einfach ein zu hoher Aufwand ist, wenn er Verträge von unterschiedlichen Versicherungsanbietern in seiner Firma verwalten muss. Am Ende eures Arbeitslebens bzw. wenn die Einzahlungsphase beendet ist, kommt es zur Auszahlungsphase. Bei neu abgeschlossenen Verträgen erhaltet ihr eine Rente erst ab dem 62. Lebensjahr und leider nicht vorher. Das bedeutet, ab dem 62. Lebensjahr bekommt ihr dann monatlich aus eurem Vertrag eine Rente ausbezahlt. In gewissen Fällen unter bestimmten Bedingungen gibt es auch die Möglichkeit, das gesamte Kapital zu erhalten. Das bedeutet, ihr bekommt dann keine monatliche Rente, sondern einmalig das Guthaben in diesem Vertrag abzüglich Steuern und abzüglich Kranken- und Pflegebeiträge überwiesen. Und hiermit sind wir auch schon bei der Kehrseite der Medaille. Bei der Einzahlungsphase in die betriebliche Altersvorsorge spart ihr zwar Steuern und Sozialabgaben, müsst diese dann aber, wenn ihr eure Rente bezieht, zahlen. Das bedeutet, Auszahlungen aus der betrieblichen Altersvorsorge sind rentenpflichtig und kranken- und pflegeversicherungspflichtig. Jetzt, wo wir wissen, wie das System funktioniert, stellt sich ja die allentscheidende Frage, für wen lohnt es sich und wie kann man herausfinden, ob es sich im speziellen Fall für dich lohnt. Zunächst einmal solltet ihr eure Personalabteilung kontaktieren, um einfach zunächst einmal herauszufinden, welche Art der betrieblichen Altersvorsorge in eurer Firma überhaupt angeboten werden. Es ist gesetzlich verpflichtet, dass auf jeden Fall die Entgeltumwandlung von eurem Arbeitgeber angeboten werden muss. Das bedeutet, selbst wenn euer Arbeitgeber keine betriebliche Altersvorsorge für euch bezahlen möchte, muss er euch trotzdem die Möglichkeit geben, einen Teil eures Bruttogehaltes in eine betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln. Sollte es der Fall sein, dass euer Betrieb euch eine betriebliche Altersvorsorge zahlt, dann ist es natürlich ein No-Brainer, dass dieses Produkt natürlich für euch sinnvoll ist, da es sich hierbei um geschenktes Geld handelt, was ihr auf jeden Fall nehmen solltet. Zahlt euer Arbeitgeber nichts ein und ihr möchtet einfach nur eine Entgeltumwandlung machen, müsst ihr genau nachrechnen, ob sich das Ganze für euch denn lohnt. Denn in der Regel sind diese Verträge so ausgelegt, dass ihr erst dann eine positive Rendite erwirtschaftet, wenn ihr relativ alt werdet. Darüber hinaus macht eine betriebliche Altersvorsorge für denjenigen keinen Sinn, der häufiger den Beruf wechselt. Wie vorhin schon angesprochen, ist es in der Theorie zwar möglich, einen betrieblichen Altersvorsorgevertrag von einem Arbeitgeber zum anderen Arbeitgeber zu transferieren. In der Regel ist das aber relativ komplex und kann einfach geblockt werden und euer neuer Arbeitgeber sagt euch einfach, naja, ihr könnt einen neuen Vertrag bei mir abschließen, aber mit dieser Versicherungsgesellschaft, bei der du bist, arbeiten wir derzeit nicht zusammen. Im dritten Fall, wenn ihr eine Entgeltumwandlung habt und euer Arbeitgeber euch eventuell einen Zuschuss gibt, dann kann sich die betriebliche Altersvorsorge schon lohnen. Wenn ihr Zweifel habt, macht es Sinn, sich mal einige Angebote einzuholen und diese miteinander zu vergleichen und dann eventuell nachzurechnen, wie denn die Verzinsung aussieht. Achtet dabei auf jeden Fall, dass ja Steuern fällig werden, wenn ihr eure Rente kassiert, genauso wie die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die ihr dann ebenfalls zahlen müsst. Behaltet auch im Kopf, dass es sich hierbei um einen steuerlichen Vorteil handelt, das heißt, dass ihr hier ein gewisses Risiko habt, dass die steuerliche Gesetzgebung sich in den zukünftigen Jahren eventuell auch ändern kann. Es dürfen euch zwar rückwirkend keine Steuervorteile mehr weggenommen werden, allerdings kann es sein, dass die Steuergesetzgebung dann, wenn die Rentenzahlung eintrifft, sich verändern. Das kann sowohl zum Guten sein, wie es in der Vergangenheit auch schon passiert ist, aber auch zum Schlechten. Seid euch bewusst, dass ihr mit diesem Produkt eine sehr geringe Flexibilität habt und einen Vertrag auf eine sehr lange Laufzeit abschließt. Dementsprechend werden auch meistens hohe Versicherungsprovisionen fällig, die sich erst dann amortisieren, wenn ihr tatsächlich auch die gesamte Laufzeit, die im Vertrag steht, durchhaltet. Alternativen zur betrieblichen Altersvorsorge können zum Beispiel eine privat aufgebaute Altersvorsorge sein, zum Beispiel in ein breit gestreutes ETF-Portfolio, eine Riester-Rente oder ähnliches. Seid euch auch bewusst, dass wenn ihr jetzt einen betrieblichen Altersvorsorgevertrag abschließt, an das Geld nicht vor dem 62. Lebensjahr herankommt. Ich hoffe, wir haben es hinbekommen, dieses relativ komplexe, trockene und vielleicht auch etwas langweilige Thema verständlich rüberzubringen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Wir produzieren jede Woche neue Videos zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Abonnier unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.